Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dieses Video gibt Ihnen ein paar Tipps für die Knochenmarkpunktion und Biopsie, wie sie zu optimalen Ergebnissen in der Zytologie und den verschiedenen Spezialuntersuchungen kommen. Es stellt aber nicht den Anspruch, die einzig mögliche Technik zu sein. Vor der Punktion ist festzulegen, welche Untersuchungen notwendig und welche Antikoagulantien dafür erforderlich sind. Unter sterilen Bedingungen werden die Punktions- und Biopsienadeln sowie die Spritzen mit den Antikoagulantien vorbereitet. Werfen wir noch einen Blick auf das stabilisatorfreie Heparin, das man vor allem für zytogenetische Untersuchungen benötigt. Weniger bekannt ist der Einsatz von flüssigem EDTA, das sich hervorragend für die Antikoagulation von Knochenmark eignet und vielerorts für durchflusszytometrische Untersuchungen und molekularbiologische Analysen verwendet wird. Wird eine größere Menge von Knochenmark in EDTA-Röhrchen eingeführt, so kann es zur Verklumpung des Materials kommen. Flüssiges EDTA ist daher zu bevorzugen. Hier sehen Sie eine bestens geeignete Punktionsnadel, die an der Spitze mehrere Löcher hat. Nach unseren Erfahrungen stellt eine solche Nadel einen wesentlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Nadeln dar. Wir kommen nun zu einer routinemäßig durchgeführten Knochenmarkspunktion und Biopsie. Der Patient hat bereits Midazolam erhalten sowie eine Lokalanästhesie an der Christa Posterior. Dieser Patient wird in Bauchlage punktiert. Vielerorts wird die Untersuchung in Seitenlage gemacht. Beides ist möglich. Voraussetzung für eine erfolgreiche Punktion ist ein eingespieltes Team. Nun beginnt die Punktion, die mit Druck durchgeführt wird, um mit der Nadel durch die kompakter in den Markraum zu gelangen. Nach Herausziehen des Trains reicht eine Assistentin eine trockene und sterile 20ml Spritze. Nun kommt bereits der erste ganz wesentliche Moment, nämlich die Aspiration unter starkem Zug. Zunächst reicht die Aspiration von 2ml Knochenmark für die Anfertigung der Knochenmarkausstriche bzw. Quetschpräparate völlig aus. Ganz wichtig ist, dass das gewonnene Material so rasch wie möglich verarbeitet wird. Man lässt am besten das gewonnene Aspirat an schief aufgestellten Objektträgern abbrennen. Wenn keine Bröckchen vorhanden sind, muss die Aspiration wiederholt werden. Außer es gibt triftige Gründe dagegen, wie das zum Beispiel bei der aplastischen Anämie der Fall ist. Wir sehen hier in starker Vergrößerung, dass ausreichend Bröckchen enthalten sind. Das Knochenmarkblut ist abgeronnen und verklumpt sehr rasch. Noch während eine Assistentin ausstreicht, erfolgt die Aspiration für die Spezialuntersuchungen. In eine 20ml Spritze mit vorgelegtem EDTA werden 5-10ml Knochenmark unter starkem Zug aspiriert. Klar ist, dass selbst bei bester Punktionstechnik die Zusammensetzung dieses Materials eine andere ist als in den Markbröckchen. Nun folgt eine weitere Aspiration mit vorgelegtem Stabilisatorfreiem Heparin. Damit ist die Aspiration beendet. Das entnommene antikoagulierte Material wird in Versandröhrchen überführt und nochmals gut durchmischt. Nun folgt die Biopsie. Der gewonnene Zylinder sollte zumindest 1,5 cm lang und nicht gequetscht sein. Mit den stark drehenden Bewegungen wird der Knochenzylinder abgeschnitten und kann mit der Zange herausgenommen und in eine Fixierlösung eingebracht werden. Damit ist auch die Biopsie erfolgreich abgeschlossen. Was geschieht nun mit den zuvor angefertigten Ausstrichen? Sie werden zunächst 15-20 Minuten Luft getrocknet. Hier sehen wir Ausstriche, die nicht optimal angefertigt wurden. Es sind kaum Markbröckchen zu sehen. Das Material ist angeronnen, die dunkelblauen Stellen nach Färbung entsprechen thrombosiertem Material. Dagegen sieht man in den sehr gut angefertigten Ausstrichen auch nach der Färbung die Markbröckchen. Gleiches gilt für das Quetschpräparat. Der Vorteil der Quetschpräparate besteht in der Erkennung der Zellularität. Der Vorteil der Ausstrichpräparate ist eine Beurteilung einzeln liegender Zellen. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt und hoffen, dass wir Ihnen den einen oder anderen nützlichen Tipp geben konnten.